wir müssen links stimmt einfach ich kann auch nicht sterben ach warum das ist wieder eines hinter der wand okay okay hi Awesome. Easy. Easy. Komm schon. Keiner werft mich hier nieder. Stirb. Dankeschön. Stufe 61, ne? Innerhalb von keiner Minute. Niedergestreckt. Oh, ich fände langsam richtig gut da drin, ey. Macht mir Angst. Einmal rechts abbiegen. Einmal links abbiegen. Einmal rechts abbiegen. Und dann sind wir so gut wie da. Geh weg. Eigentlich eine schöne Level-Area gerade. Ich glaube, das Spiel will eigentlich auch, dass wir leveln. Aber... Na, wer braucht das schon? Ach ja, apropos. Ähm... 22. Ei, 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 ei. Cool. Wir haben alle Skills gelernt. Alle extra Skills. Okay. Fleischsucher. Ich suche dein Fleisch. Ei, 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 ei. Pure Eskalation. Boah. Der Eskel gefällt mir. Ei. Ei, 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 ei. Pure Eskalation. Boah. Der Eskel gefällt mir. Leichensucher. Jetzt suche ich deine Leiche. Hi, 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 hi. Äh... Vernerbter... Vernerbter Schafsrichter. Aber warum ist denn der vernarbt? Der musste sich ja selber die ganze Zeit ins Bein hacken. Probier Typ. Au. Komm schon. Nein, lass mich in Ruhe. Ach, kacke. Das war nicht wie geplant. Ach, wir machen das Kleine viel erstmal hier. Ich bin nicht paralysiert. Du vielleicht. Aber ich nicht. Versuchen wir es nochmal. Au. Ich will den Kleinen haben. Ach, warum muss denn... Lass mich... Mich bewegen. Der ist schon wieder. Ich komm, wir haben nur 23 Minuten für den. Ist nicht viel. Eskalation! Man muss nur die richtig krassen Skills raushauen. Und dann stinken die einfach nur ab. So. Haben wir auch hierhin gekriegt. Zwei Mobs und wir sind level up. Was ein Vieh, ey. Also die neuen Skills hauen ja richtig rein. Das ist ja mega cool. Aber... Du kannst die Skillpalette ändern, weil... Der kann hier runter. Da kann der hier nämlich auch erst nachrutschen. Ja. Wieder die geile Treppe mit Loaded Screen. Mann, ich will die Föhnfrisur kaputt machen. Warum muss ich diesen Kacktempel erst erklimmen? Ach. Wenn ich die Föhnfrisur in die Finger kriege. Nein! Das will ich gar nicht. Ich will nicht zurück in die Stadt. Wer will denn das? Das ist doch ein Fluch. Kein Segen. Los. Ab rein da. Wir haben es nämlich fast geschafft. Wir sind fast oben. Los. Kämpfe. 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 Wir sind glaube ich fast da. Da wären wir. Der Altar der Gebete ist vor uns. Hier findet Premieres Quest ihr Ende. Sind alle bereit? Gehen wir. Ja. Ich will Föhnfrisur verhacken. Verhacken. Gott. Wie lange habe ich es gebraucht? Eine Stunde und 41 Minuten umher zu kommen. Oh. Na du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Genesis. Alter. Hüte deine Zunge. Das kannst du haben. Keine Sorge, ich habe Entdeckung. Ich möchte nicht, dass dir was passiert. Endlich. Komm doch her. Das alles endet hier. Au. Der hat kein Level? Willst du mich verarschen? Das ging aber gut. Ah, fuck. Ah, warte. Ah, ungünstig. Ungünstig. Scheiße, ich habe die Karte vergessen auszumachen. Ah, nein. Ungünstig. Ich lebe noch. Ei. Easy. Au. Noch nicht. Geh weg. Geh weg. Komm, geh mal weg. Mach ein Skill oder so. Ah, Schüte. Hehehe. Komm doch. Komm doch. Na, trau dich. Trau dich. Na, 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 na. Ach ja, ich schau. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als du. Ich muss mein Leben wieder auffüllen. Mag es dir. Du bist so ein Arschloch. Habe ich nicht gesagt. Ey, es geht um die Welt. Wer würde da locker lassen? Warum sollte ich? Ich habe gerade deine Schwachstelle entdeckt. Du hast die besten Elite-Spieler in diesem Spiel übertroffen. Selbst jene, die täglich ein vorderster Front kämpfen. Aber seien wir mal ehrlich. Du kannst diese Fähigkeit nicht nur durch Spielen dieses Spiels erworben haben. Ja, genau wie ich. Oh. Ich habe ihn unterbrochen. Du nicht so überrascht. Du hast es immer gewusst, oder? Wer... Was? Wer sind aus dem... Wieso steht da wer? Das muss doch wir heißen. What? Okay. Wer, ne? Wer sind aus dem selben Holz geschnitzt? Du oder ich, ne? Also auf den letzten Meter noch schreibt ich doch. Kein Grund, so witzig zu sein. Wir sind nicht die einzigen, die so sind. Ha! Wir können es nicht sein. Jeder will vorankommen. Das ist die Natur des Menschen. Jeder will Respekt, Macht. Jeder will gefürchtet werden. Und ich weiß, wie schwer es ist, das wieder herauszugeben. Wenn man einmal die Macht gekostet hat, glaube ich mir. Glaub mir. Ah. Klar. Mir gibt es schon gerne zu. Nein, nein. Du hast recht. Aber... Gegen eines kann sich selbst Kardinal nicht verteidigen. Er hat sich verraten. Nein, Genesis. Ich habe nichts mit meiner Atmosphäre hingestellt. Überhaupt nichts. Ich sprach über all die Erfahrungen, die ich in Full Dive-Spielen gesammelt habe. Worüber sonst? Solche Stärke kommt nicht allein durch Skills. Man muss VR kennen. Sein Avatar spüren. Als sei es der eigene Körper. Ist man erstmal im Full Dive, kann sich nichts auf der Welt mit dieser Erfahrung messen. Man tut alles dafür. Schule schwänzen, sein Leben vergessen, die Zeit. Ha, ich habe schon vergessen zu essen. Aber das Kardinal System, es verurteilt dich nie. Keine Alarmglocke erinnert dich an das, was da draußen ist. Ich dachte, wir hätten das gemeinsam, Genesis, dass deine Macht von unzähligen Stunden innerhalb der VR käme. Aber ich habe dich überschätzt. Du bist einfach nur ein Hacker, der an der Atmosphäre herumgepusht hat. Gotcha. Mann, bin ich froh, dass ich das hier jetzt weiß. Das hat mir schlaflose Nächte bereitet. Hast du das alles gehört, Seven? Ach, sie? Sie ist im Entwicklerteam für Sword Art Origin. Vielleicht sagt ihr ihr Name was. Dr. Rainbow Aschavin. Was? Doch. Aschavin. Doch. Aschavin, ja. Ja. Sie hört uns schon eine Weile zu. Warum sagst du eben nicht, was er gewonnen hat, Seven? Du böse, böse Spieler. Ach, nö, fang mal nicht damit an. Komm, Junge. Ist doch ausgekackt. Das ist die Droge. Ich bin immer noch nicht taub, aber ich werde es, wenn ich weiterhin von dir angestehen werde, mein Guter. Okay. Sie lässt ihn zusammenbrechen. Genau wie letztes Mal. Meine Ohren sind ganz. Dein ist es. Kannst du bitte leise sterben? Oh, nein. Ich glaube, ein Hirte, wir sind Hühnerfrikassee. Das wollen wir sehen. Ja, ja. Du bist so furchteinflößend. Können wir jetzt weitermachen? Du bist erledigt. Oh, ich bin ja voll flink, ey. Mach das überhaupt Damage? Ach, komm, geh weg. Ach, komm. Not today, my friend. Ich kriege dich trotzdem trotz Droge. Du wirst sehen. Du bist einfach nur schlecht. Cheaten gilt halt nicht. Ach, come on. Was, der hat einen zweiten Banken? Na toll. Come on. Oh, oh. Hat er jetzt noch einmal Drogen genommen? Bist du wie dumm? Ich glaube, er hat sich sein Gehirn weggefetzt. Ah, nein. Weg, weg, weg. Ah, come on. Ich habe die falsche Heiltränke drin. Das ist kacke. Ich muss jetzt aufpassen, das habe ich nicht noch mal drückt. Weg. Weg. Du kriegst mich nicht mehr in guter. Du kriegst mich nicht mehr in guter. nicht weg, wenn er mich einmal hat, du Stück. Du bist ein Mistvieh. Du trägst kack Arsch. Du bist kack Gebar. Nur weil ich die fucking falschen Tränke drin habe. Weil ich nicht die epischen drin habe. Aber die kleinen bringen nämlich halt gar nichts. Komm. Ach, komm. Ah, 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 ah. So weit kommt es noch. Oh, fuck. Es fehlt gerade an allem. Es sind die falschen Tränke drin. Ah, das kann ich dodgen. Oh, schon. Na los, trau dich. Mach deinen kack. Komm. Mach deinen kack. Los, füllen Frisur. Na los. Na komm doch. Komm, mach deinen Skill. Hier willst du mal meinen haben? Ah, bitte schön. Ah, was. Oh, warst du denn noch einen Balken? Oh, warst du noch eine Droge? Ach, come on. Was Besseres hast du nicht auf Lager. Ja, dann komm. Komm, 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 komm. Ah. Nein. Geh weg. I told you to go away from me. Komm her. Jetzt darfst du wieder herkommen. Ach, come on. Ach, verdammt. Man sollte... Ich nehme jetzt die scheiß richtigen Heiltränke mit. Ach, das ist das zweite Mal, dass ich in diesem Spielgame overgegangen bin. Innerhalb von 20 Stunden? Oh Gott. Heiltränke vor der Wind, würde ich sagen, ja. Ich habe halt die laschesten Heiltränke, die ich mit habe drin. Ich bin zu blöd zum Kacken gerade. So. Ähm. Gegenstander? Epischer Heiltränke. Bitteschön. Dann wird vielleicht auch mal ein Shoot raus. Ich nehme aber noch die... Äh, die Vorstufe habe ich noch im Lager aus. So, Mist. Ich nehme mal den noch vorsichtig, aber mit. Ach ja, und die Karte ausstellen, nicht vergessen. Alle guten Versuch... Äh, alle Dinge sind rein, ne? So. Jetzt aber... Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt will ich einfach nur tot sehen. Ah, können wir die Dialog skippen? Wissen wir uns den Dialog jetzt nochmal reinziehen? Hoffentlich. Das wird dann sonst sehr lang. Dein Ernst? Oh, skip it. Skip! Skipper. Ich will dich nicht nochmal schreien hören. Das tut mir in den Ohren langsam wie... ...Hackungstück. Ja, komm. Komm. Ich hasse dich. Wir wissen alle, dass wir dich hassen. Komm. Du Drogenkind. Du abartiger Cheetah-Drogenkind, du. Kannst... In Wirklichkeit kannst du eigentlich gar nichts. Fokus. Komm. Komm. Ach, komm. Gatscha. Komm schon. Durchgezogen. Eiskalt durchgezogen. Ich hätte zwei Schwerter. Komm mal. Was willst du noch? Ja, komm. Wir wissen alle, dass du Drogen nimmst. Wir haben Seven verraten. Ja, du bist gebannt. Ja. Du bist einfach ein Kackspieler. Du bist ein Kacknoob. Ein Kackbun bist du auch noch. Ja, Duschwätzer bist du auch. Das haben wir auch schon festgestellt. Bitte. Bitte. Lass mich doch einfach... Lass mich doch einfach dich töten. Danke. Ach ne, jetzt kriegt er noch seinen Anfall. Stimmt ja. Ach. Ja. 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 Du bist fertig. Ja. Niemand kann dir das Wasser reißen... Äh, reichen. Ach Gott. Thanks für das Klappkoll mit zweimal. So wird das gemacht, mein Guter. Komm, mach deinen Skill. Los. Come on. Ah, weg, 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 weg. Komm schon. Das ist alles, was du kannst. Weg. Oh, weg. Ah, das war zu lange. Ah, weg. So, nichts abhalten. Weg. Nimm mal deine Droge, ich nehm meinen Trank. Ist meine Droge. Ach, come on. Problem ist, ich kann meine Buffs nicht nehmen, weil ich, äh... Kannst du mir nicht leisten, meine Abwehr zu vernachlässigen. Komm. Wechselst du so schnell du willst. Ah. Ungewicke. Lass mich laden. Ach, come on. Als ob. Tricked you. Au, au, au. Weg. Wer backsteppen kann, ist der Sieger, mein Guter. Das kann ich. Du nicht. Safe. So, nichts erbalken. Es ist noch nicht vorbei, was? Lass mich raten, er nimmt noch eine Droge. Ah, Side-Step. Der läuft aber komisch. Ah, fuck. Er war noch nicht vorbei. Muss jetzt safe sein. Wenn er die Goldene macht, habe ich keine Chance. Ah, was? Bin ich dein Ernst? What? Was lautet mich denn, du Spacken? Du Mistkack-Arsch. Ich komm nicht weg! Ich hab einen fucking Slow auf mir drauf. Au. Ne, es ist noch nicht vorbei. Der hat mich geslowt, der Spacken. Gott! Der Slow kotzt mich gerade recht an. Aber er ist gleich vorbei. Mal sehen, wie lange. weg und weg 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 naja auch zu schön gewesen es einfach wer weg schon bestimmt sein letzter balken ja aber ich habe zwei schwerter tut mir leid dass du dir sorgen gemacht hat moment mal wo ist das andere mädchen die zweite göttin ganz alleine na los gehen wir was hat sie vor die zweite göttin Sie hat einfach den viel schöneren Namen. Tia. Denn es ist beleidigt der NPC sonst nur. Er hatte sie sogar eine Sklavin genannt. Warum hat er ihr einen Namen gegeben? Oh, sorry. Nein, Tia. Das war weil... Ich bin ein. 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 Wie gesagt, dass das Menschen, die mir erzählt hat, Wie gesagt, Menschen sind die Wahrheit zu beurteilen. Die Menschen werden uns verletzt. Unsere Welt ist nicht notwendig. Unsere Welt ist nicht notwendig. Unsere Welt ist nicht notwendig. Na, mit einem Gebet. Das ist der Fall. Nein, das ist das, was wir. Das ist der einzige Aufgabe. Ich will... Ich will... Ich will... Warum? Aber wenn man diese Welt braucht, dann kann man die Menschen nicht verstehen. Es ist nur ein Verständnis und ein Verständnis weiterzugeben. Wenn man hier sein kann, wenn man die Welt nicht mehr sehen kann, dann kann man die Welt nicht verletzen. Ich bin der Fall, dass ich mich und deine Gelegenheit habe. Ich habe mich und deine Gelegenheit, die Menschen, die in diesem Weltkrieg zu verletzen. Ich will das, dass ich alle die Möglichkeit haben. Warum müssen wir uns nicht zu retten, dass wir uns nicht zu retten? Was ist die Menschen, die Genesis und mich, die Menschen, die in diesem Weltkrieg zu verletzen? Wenn man hier nicht kommt, dann will man diese Gedanken nicht wissen. Ich bin nicht sicher, dass ich nicht mehr wissen. Nein, ich bin ein Mensch. Ich bin kein Mensch! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Sie haben vielleicht nicht verstanden, aber er hat sich die Möglichkeit gegeben. Ich bin nicht verstanden. Ich bin nicht verstanden. Sie sind nur in diesem Weltkrieg. Die heiligen Steine, hat sie vor. Die heiligen Steine, hat sie sich verletzt, damit sie sich verletzt. Was ist das? Was ist das? Die Heiligen Steine? Die Heiligen Steine? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.